das würde ich behaupten irgendwo hier rechts muss ich lang die müssen irgendwo hier sein so Pi mal Daumen und das das Sudden Hollow Sudden Hollow ist auch da oben ok Ok hier sind wir wieder in Whitemire Ich weiß noch nicht ob das wirklich aber doch ist effektiver Slid Halskette Geht immer noch weit nach links Haut ihr ab das bisschen doof ist die Gegner ein bisschen mit der Umgebung verschwimmen das bisschen doof ist, dass die Gegner ein bisschen mit der Umgebung verschwimmen Oh! Ein Altar mit Klingenstachel Rift Geister ok Das hätte ich dann auch jetzt muss ich mal gucken alter das Inventar ist ja schon wieder voll die ist besser Der ist besser Eigentlich müsste ich Waffen vergleichen ne 12 bis 31 Sehr schnell Mach ich aber weniger Damage mit ne Verbessert alle Schilde Zauber Nebenhand, Ringe Kopf und Brustrüstung Ja komm Kann ich auch mehrere Sachen drauf knallen Verbessert alle Ringe Das habe ich gar nicht geguckt Was bringt ihr Leben Kann man immer hier brauchen Platte in der Rüstung Verbessert alle Rüstung Plus 5 Rüstung Komm mach auf den Gürtel Noch mal 30 Leben Ah! Wenn ich das schon drauf hab kann ich das immer noch verbessern Ok ok Jetzt müssten wir viel viel stärker sein Alles One Hitten Oder keine Ahnung Weiß nicht Jo Der war schon mal weg Ja ich sehe keine Gegner Danke Na komm Komischer Ruckler Schamane Schamane sind immer Kacke Hey da ist noch einer Eine ganze Armada von denen Ich weiß vielleicht belebt er welche wieder oder belebt er keine wieder Das ist jetzt noch nicht wahr Ich weiß aber trotzdem die Map ist ein bisschen unübersichtlich Alter ist das groß Auf die Inseln komme ich wahrscheinlich jetzt nicht Auf die Inseln komme ich wahrscheinlich jetzt nicht Hier geht wieder Party Komm Hier gehts über einen Bach Aber ich muss ja immer noch die verkackten Soldaten suchen Wir können ja überall rumschimmeln Rift in Wick Wittmeyer Wittmeyer Keine Ahnung Ah hier ist Ende im Gelände Kann ich gerade noch das Rift aktivieren Na komm mal da raus Okay Das war noch nicht alles Boah die machen Boah die machen Echt Stress Jo Noch eine Runde Fleisch verformter schlechter Boah jetzt gib doch einfach mal aus den Latschen hier Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr mehr Jo Dann können wir wieder vertitschen Das war gar nicht so doof dass ich erstmal zum Rift gegangen bin Übers verkaufen habe ich gar nicht drüber nachgedacht Ich freu mich jetzt einfach mit Ja Ach da ist der Händler Kann ich grundsätzlich irgendetwas gebrauchen? Ich bräuchte eigentlich gelbe Sachen, ne? Aber die ist auch noch kacke. Die ist gut, aber... Kann ich nicht anziehen. Die Gürtel. Was ist das? Ach, das ist so ne Halskette. Questgegenstand. Für was? Weiß ich ja nicht wofür, aber... Oh, Ringe. Kann ich ja nicht... Nix mit anfangen. Weniger Schaden ist besser als ein bisschen mehr... Dingsbums. Ja, 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 komm. Man muss es nicht übertreiben. Ich weiß doch gar nicht das Max-Level oder so von dem Game. Ich weiß eigentlich gar nichts über das Game. Deswegen hab ich mich überhaupt nicht drüber informiert. Ich hab auf Steam gesehen, dass es da ist und hab einfach mal gekauft. Wie so viele Sachen, die ich dann je nachdem nie im Leben zocke. Oh, was ist hier ein Abflussrohr. Jetzt bin ich hier. Sudden Hollow ist äh... Der Typ, ne? Milton Hart. Milton Hart. Aber ich würd mich gern noch hier... Das Gebiet würde ich gern noch erkunden. Da ich das zumindest einmal gesehen hab. Das ist natürlich auch krass, äh, durch die wenigen Quests im Prinzip... ...levelt man auch relativ langsam. Ich level eigentlich nur... Oh, da. Julius der Verfaulte. Da ist er. Oder Jillus. Jill ist der Verfaulte. Darab. In einer stalke Zeit weiter 사�gen. Dann ver clinicians will ich eins. Auge auf Ethiopian zu versagen. Aber wir können nicht zu schlafen diesen Quanten. Um nochmal ins bewerd für's tut weinen. Auch was. Weil nämlich alles moyens원�ี่ität hätte ich an – Denrutieren ..... But, we do kunst dir später sagen, Der Pri whomst eines deines blowfuhr ist. Das ist ein primrum-filizer. was haben wir denn hier jetzt gehe ich hier doch wieder hin hier ist noch eine höhle höhleneingang nee ich will erst unten das gebiet fertig machen da fehlt ja noch eine ganze ecke wenn da nämlich noch so ein schreien ist und ich krieg den nicht mit dann sehe ich den nie wieder aber die map ist schon krass groß ja fast sammelt euch alle um mich herum ich weiß doch gar nicht was das für eine grüne leiste von den gegnern ist haben die auch irgendwie ausdauer so oder magie oder was soll das sein das war auch wieder ein unik das war auch wieder ein unik aber so doch in der höhle hatte ich so eine art boss ne da war das auch eher nur ein unik ne da unten will ich nicht unbedingt hin tot tot oh ich dachte da wäre irgendwie eine coole insel mit was drauf und lager was einfach leer ist und charos ach den kenne ich doch noch so hält monstere tündeten 18 erfahrung jetzt zwei uniks gewesen jetzt tatsache Baupläne. Oh, es gibt Schmiedepläne. Wo ist er? Da. Nein. Hab dich doch. Alter, jetzt muss ich ja doch wieder hier unten alles clearen, oder wie? So, ich wieder ein Stück. Jetzt kommen wieder neue Gegner. Komm. Darf ich mir jetzt gerade mal den Bauplan angucken? Bauplan, Adeptenstiefel, zwei Schrott, erbeutete Rüstung. Ach, ich brauche noch. Aha. Ha, perfekt. Kann man direkt so lernen. Bringt nix, bringt nix, nix. Gibt's auch ein Item-Level? Nö. Die ist besser. Die macht auf jeden Fall mehr Damage, ist aber um einiges langsamer. Boah, der hat jetzt schon über 1000 Leben. Das ist natürlich jetzt wieder eine Kack-Position. Jetzt ist es wieder besser. Ich weiß nicht, die ganzen Sockel-Dinger, die gehen mir gerade ein bisschen um Piss. Und jetzt? Der hat sich das immer mehr mit dem Boden anbessert. Immer mehr. Wir kriegen das jetzt hin. Ich versuche das jetzt noch mal hier. Und da das wir jetzt. Ich versuche das jetzt. Dann, das ist ja schon mal hier. Vielen Dank.